Ja Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir sind bei Part 7. Und weiter geht's, würde ich sagen. Genau. Drück mal den Tu fest die Daumen. Abonnent des Tages ist heute übrigens der Ich-Bin's-D4. So. Ach du Kacke, ey. Naja, gut. Ich krieg aber auch jedes Mal diese Säge hier mit, ne? Ich hab grad nichts im Kopf, wie hier. Oh, da hat's aber grad ganz schön gelegt. Oh Mann. Was hab ich denn hier für ein scheiß Timing? Hallo? Die Säge deckt beim Schießen ein bisschen. Komm, ich lass dich jetzt einmal schießen und dann... Oh. Ne, das war doof. Ach, ohne Sprinten. Und auf der Säge stehen bleiben ist auch doof. Na, so wird das nix. Ach, viel zu viel abgerissen auch. Das sind doch alles kein Level für mich hier. Ah. Stell dich nicht so an. Ah. Oh. Na, ich nehm aber auch immer wieder diese doofen Säge da mit. Ja, da musst du drüber springen wahrscheinlich. Ah. Ne, drüber nicht. Eher so drunter weg. Was war das jetzt schon wieder hier? Ah, das war praktisch auch. Ist auch immer lustig. Bitte. Das war zu weit. Ach. Merken, weiter runterrutschen lassen. Das war knapp. Hm. Hydro, mach, dass das funktioniert. Mach, dass nicht meine Zigarette hier aus dem Aschenbecher rollt. Und dass die Sprungtaste funktioniert. Ja, da freue ich mich auch gleich drauf. Na, los jetzt. Let's play. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Und mit Great A. Oh, ich. Hast du es gepackt? Ja. Nice. Ah, da hätte man jetzt eigentlich auch mal das Replay angucken können. Aber, ja. Da habe ich zu schnell weitergedrückt. So. Ähm. Ja, das haben wir ja dann eigentlich fertig, ne? Nein, das ist das Halsche. Wie komme ich denn hier? Na. Nein. Immer diese falsche Tastenbelegung hier, ne? Das wollte ich doch. Denn wir können ja jetzt hier mit anfangen. Ich weiß nicht, was für ein Level du bist. Ja, Chapter 2 kommt jetzt. Dark World. Dark World ist durch. Ja, aber ich wollte doch wieder jetzt wissen, was Level 2 war. Chapter 2. The Hospital. Ach, du wolltest wissen, welches Level ich gerade gemacht habe? Ja. Da hattest du... Weiß ich nicht, ob da... Ach, nee. Äh, da hattest du in der Light World glaube ich nur das Pflastergut. In der Dark World war da glaube ich keins. Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß, welches wo diese Sandblöcke in der Mitte sind. Genau. Ah, okay. Ja, bin ich ganz froh, dass du das gemacht hast. Ja, jetzt ist Hospital wird ja... Ah, nee, Hospital, wir sind ja gar nicht in der Satz. Wo geht's denn hier überhaupt? Ach, da muss ich dann. Oh, da muss ich auch noch. Ja, ich guck da auch noch mal so nebenbei drauf hier. Komm, das will ich mit dem Pflaster kriegen hier. So wird das aber nix. Na, la, 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 la. Wie viele tausend Spritzen hier aber auch rumfliegen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Erinnert mich immer so ein bisschen an, äh, Sword 2 war das, glaube ich. Oder war das Sword 2? Ich hab keine Ahnung, ich hab noch nicht mal den ersten Sword komplett gesehen. Nee. Haus, da gefangen sind, muss halt auch dieses Spiel dran machen. Der eine muss doch in so einen Spritzen rein. Ach, fuck. Kann mir ja mal der ein oder andere in den Kommentaren beantworten. War das Sword 2 mit den Spritzen da? Was musste der machen? In den Becken voll Spritzen springen? Ja, unter irgendeinem Schlüssel. Die mussten ja immer... Ah, doch, die Szene hab ich aber, glaube ich, gesehen. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher Sword-Teil das war. Weil da bin ich halt echt und an dem Pflaster vorbeigesprungen. Ach, das sind so viele. Wie viele Teile gibt's denn davon jetzt mittlerweile? Sieben oder was sind das? Ist nicht schon so weit. Ich weiß gar nicht, was der letzte... Ne, der letzte hieß ja einfach nur Sword 3D. Fuck. Ich weiß nicht, ich glaube, es war der sechste Teil. Ich will da jetzt aber auch nicht rügen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab nach dem vierten oder so aufgehört zu gucken. Ich hab, wie gesagt, ich hab da nicht einen komplett von gesehen. Und ich glaube, ich brauch das auch nicht, weil... Früher gab's richtig schöne Horrorfilme, wo dann halt auch mal... Richtig mit Gruselstimmung und hast du nicht gesehen, aber... Irgendwie geht's mittlerweile den ganzen Leuten ja nur noch darum, alles möglichst brutal zu gestalten. Ja, go, das ist ja wie bei Hostel. Ja, hier geht's ja einfach nur noch ums brutale Gemetzel. Ist ja auch kaum noch... Ja, Story geht da ja auch schon so ein bisschen verloren. Ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig. Ich hab keine Horror, ist einfach nur so... Bläddere halt. Boah, wie soll ich das denn machen hier? Ah, fast! Ich weiß nicht, Böllerung. Hallo? Wurde ich grad sagen. Meat Boy, kommst du mal wieder? Du, da warst ein bisschen schnell, Meat Boy. Das will ich aber hier auch direkt mit dem Pflaster schaffen, Junge. Das muss doch gehen. Aber nicht, wenn du die ganze Zeit in den Scheiß-Spritzen landest. Och, Junge. Schön. Da dachte ich, ich lande da wieder richtig schön knapp auf der Kante, kann einfach nach links laufen und das Pflaster einsammeln, ne? Und dabei zersprutzt er dann. Nein! Oh, das war so knapp. Das war so knapp. Grade 1 hast du schon, brauchst du nur das Pflaster oder? Ne, das kann man beides zusammenholen. Das ist so ein Runterfall-Level. Du wehsch, quasi. Ja. Jetzt musste ich mich mal gerade selbst umbringen. Das war nämlich schon viel zu lange gewartet am Start. Oh. Nein! Oh, das war zu weit. Ich kann natürlich auch da versuchen, noch zu landen. Ja, so aber nicht. Ach, Meat Boy. Das Angebot steht noch hier, ne? Mit der Single-WG. Ja. Und Pflaster und Grade A. Geht doch. Dafür sind jetzt aber auch schon... Ach, schon wieder weitergedrückt hier. Okay, da muss ich einmal springen. Zwölf Minuten sind aber auch schon rum. Ich hab'n hohen Pinken, fällt mir auf. Was hab' ich? Ich hab'n hohen Pinken, fällt mir gerade auf. Aber normalisiert sich wieder. Die Zeit ist schon um. Bei mir bist du eigentlich erst bei zwölf Minuten. Ja, ich bin auch bei zwölf Minuten geschützt. Au! Oh, da kommt dann noch einer mir entgegen. Okay, so nicht. Kurzer, krasser Frame-Einbruch. Ja, jetzt spielen ich so viele einfache Level weg, damit ich gleich wieder die Brocken habe. Ich will da auch noch so ein paar einfache mitschnuppen. Hm, Ventilator-Level. Nein! Das ist doch schön, das kannst du doch machen. Links an so einem Spritzen-Fallautomat, das Pflaster ist, gell. Das weiß ich nicht. Ist da ja irgendwo ein Pflaster? Ich hab' da jetzt noch keins gesehen. Die ist dann vielleicht in der Dark World. Ich glaube, du bist gerade im falschen Level. Ich glaube, du bist im falschen. Vielleicht ist das aber auch in der Dark World. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Kann sein, dass bei mir die allmächtliche Verwirrung so langsam wieder einsetzt. Ja, so will das nix. Ah, da unten ist ein Pflaster. Es könnte sein, dass du das hier jetzt meintest. So unten rechts direkt an einem Ventilator dran. Ja, ich mein' das. Da stehst du oben auf so einem Kästchen drauf quasi. Runter über so einen Ventilator. Auf der anderen Seite wieder hoch. Schlüssel holen, wieder zurück. Boah, das war kein Grade, ey. Was brauch ich denn hier bitte? 16 Sekunden! Warum hab ich jetzt das Level weiter gedrückt? Ich wollte auch da noch mal rein. Da kann ich ja wenigstens noch ein bisschen versuchen, das Pflaster oder so zu kriegen. Fertig. Deine Zeit ist auch schon wieder abgelaufen. Oh! Ja, es ist gleich rum, ne? Hier ist es jetzt rum. Oh, gut. Dann mach ich hier nochmal so ein, zwei. Ich rauch einfach noch einen. Nein, 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 nein! Verdammt. Klatsch. Ich glaube, das Wasser muss noch drin sein. Da sind es eigentlich sieben, ja? Sechs Stück. Dark World, zwölf Stück. Ich kann mich mal überlegen, wie viele Kapitel es gibt. Gute Frage. Hä? Gute Frage. Ich glaube, insgesamt, also wenn Dark World mehr dazu zählt, sind es 13 Stück, glaube ich. Im letzten, das sind ja auch nur so fünf. Nein! Ja, komm, last try hier. Ja gut, dann würde ich sagen, versuche ich nur einmal wenigstens schnell die Zeit. Kann man hier nicht so abkürzen? Doch, das geht bestimmt. Das geht bestimmt. Hey. Kürzen ist immer gut. Man sollte nur gescheit springen. Der war doch eben schon einmal fast da oben. Na, so nicht. Nein! Und da fällt er runter. Gut, Grade A habe ich wenigstens noch geholt. Na, na. Merk dir mal, welches Level das ist. Dann guckst du. Ja, ach, das sieht auch ganz witzig aus hier. So ein Replay so ein bisschen. Wie sie alle dann nach rechts abhauen. Na ja, Back to Map. Und das ist, na gut, du siehst es ja dann gleich eh. Level 5. So war das letzte Level. Ja. Okay, weiß ich schon. Und dann sehen wir uns gleich beim Hydro wieder. Achso, na, was heißt gleich? Warum sage ich eigentlich mal gleich? Morgen. Wie gesagt, Abonnent von heute. Abonnent des Tages. Ich bin's, D4. Fühl dich geehrt. Und ja, macht's gut. Genau. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.